willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ja ihr habt im titel gesehen es gibt sie doch noch es gibt noch legendenspieler hier die nicht rat aus zwölf sind finde ich sehr sehr gut und gehen wir aber gleich ein bisschen näher darauf ein ich will erst mal so ein bisschen wm hype hier aufsaugen vom die war auf die nummer sechs also unsere nummer elf auf die nummer sechs beim clan spätsel mit so ist im moment noch so ein bisschen mit den geistern unterwegs aber auch es werden immer weniger also die classics hier die klassischen angriffe kehren in jedem fall zu clash of clans zurück und das ist auch gut so denn die geister sind dann schon so eine lähme taktik ich meine ich nutze sie auch um irgendwo meine drei sterne hier rein zu fahren nämlich 33 sterne in zwei angriffen ja so muss ich sagen und deswegen freut mich dass mich der konrad hier angeschrieben hat vom clan ich komme nicht auf den namen aber gehen wir gleich mal darauf ein denn das eigentlich schnapp ich schnappe ich auch so ein halb nicht auf so nach dem motto ja ich habe das schon mal so ein sonnen so ein post bekommen der tote guck mal da ist ein rad hoch 7 in legende das war aber alles vor der umstellung auf die legenden liga wo man ja nur gedacht hat naja als zwölfer überlebst du da als elfer gerade mal so aber neuner neuner dann in legende zu haben gucken wir gleich mal rein wie das dort steht denn ich habe mir natürlich als bookmark irgendwo weggepackt ich bin gerade bei dem angriff hier noch ein bisschen also erstmal die welpen da weg gemacht und dann denke ich mal die queen hier die queen noch mal schön gefrostet und auch die defensive hier vorne dann mit den hocks hier super passing erwischt die können die müssen ja ich meine okay ein paar hocks müssen leider nach außen aber das ist auch nicht viel hier für den minenwerfer slammer hier mit rein auf 6 uhr und ich weiß gar nicht was am slammer hatte ich habe den angriff so halbleib gesehen da war eigentlich schon vorbei wir waren heute abend im discord und haben kurz gequatscht da war ich da war ich auch noch draußen und ich habe ich habe es dann aber gehört dass die leute so gerufen haben jetzt die queen zünden jetzt dies jetzt dies jetzt das das kommt ja immer so eine kleine sekunde später wenn man die angriffe sieht aber es hat trotzdem hier super super gereicht und drei sterne auf die base ist schon nett das war unser allererster angriff hier leute und dementsprechend ist das auch schon so ein kleiner mini hype hier auf die wm ich hoffe ihr freut euch auch so wie ich mich freue wenn ich am sonntag auch dem finale bei trete oder bei fröne ich konnte halt nicht eher ich kann das auch kurz und knapp mal erklären warum das eigentlich bei mir so nicht gepasst hat ich habe arbeitsmäßig halt etwas viel um die ohren und ich verdiene im echten leben ja auch noch geld und deswegen sind mir der freitag und der samstag da einfach super wichtiger gewesen als dass ich das alles abgesagt habe was ich hier so gemacht habe aber das war unser erster dreier und wir gucken jetzt mal rein hier denn ich habe jemanden der in meinem discord gesagt hat hier guck mal guck mal guck mal wo ist er denn eigentlich an das das war bei den clans glaube ich ich muss mal mal schauen köln ist es nicht jetzt weiß ich nicht mehr wie der clan hieß wie hießen der clan hier nähe so hieß er nicht wie hieß der clan hier wo der rathaus 9 in legende waren strong company ist es auch nicht ich werde ihn in meinen wirren denke mal finden na bitte ich habe ihn gefunden es ist der clan quantum 8.9 oder 89 nein und zwar gucke ich jetzt mal gerade der konrad hatte das gepostet hier level 110 aber auch die anderen glaube ich sind hallo was sind das für rathäuser hier das ist ein rathaus 8 in legende alter falter dieser ganze clan hier ist irgendwie low in legende das hätte ich nicht gedacht auch mit rathaus 9 hier und hier oben der ab hier auch ist das auch ein rathaus 9 war ja auch tatsache tatsache okay ich habe mich aber auf den konrad hier konzentriert conny hat das geschrieben und ich sehe es jetzt gerade die sind wirklich rathaus okay das sind zwölfer das sind zwölfer aber der koni hier ist ein rathaus 9 in der legende league hat das bei uns im discord gepostet und ja habe ich mal geschrieben echt nice denn ich habe gedacht die accounts hier sind so ein bisschen raus aus der legende liege also so rathaus 10 rathaus 9 rathaus 8 rathaus 7 aber wir haben gerade gesehen wir hatten auch ein achter hier drin nichtsdestotrotz legen wir das augenmerkmal hier auf den neuner und ich muss schon sagen 5003 ist richtig richtig krass kann ich nicht anders sagen 495 attacken gewonnen ich meine du auf dem weg in die legende macht er sicherlich hyper viele angriffe keine frage und bekommt echt wenig pokale dafür deswegen wenn man das mal ein bisschen gegen rechnet du machst vielleicht zwei drei pokale auf dem weg nach oben und da musst du die masse an angriffe an oder hinlegen das hatte hier gemacht 495 er hat sogar zwei defenses gewonnen ich denke mal das waren so leute die so fair sind so nach dem motto na komm das ist neuner der kriegt die pokale von mir aber richtig schön gemacht und noch nicht mal max die die helden sind auf 15 15 leute das geht ich etwas gesagt dass das geht mal gar nicht die truppen sind aber für rathaus 9 max und hut ab hut ab auf in weit klicke ich jetzt mal nicht wirklich wir klicken auf visit und es ist in ein rathaus 9 max dorf vielleicht hält das so wenn man so ein bisschen pushen will also so master champion beteilten was auch immer man kriegt abteiten nicht nichts mehr aber ich muss sagen ein rathaus 9 in legende ist schon selten ist schon selten so genauso selten wie der rathaus 8 aber letztendlich habe ich heute abends ein bisschen mal auf ein post im discord agiert oder reagierten abgedacht ist ja krass so einer in meiner community echt nice und glückwunsch und er baut sogar noch ein paar sogar noch sein noch lässt sich seine queen aus hier während ihr so ein bisschen in legende fröhnt okay ganz ganz lässig und auch den king okay die gehen noch ein bisschen höher mal sehen wie lange der sich hier oben noch treibt bin ich echt mal gespannt aber ist schon eine krasse leistung glaube ich ich denke von diesem ganzen clan hier quantums web oder ne quantums nicht web quantums 8.9 heißt der clan die sind ja alle nicht so hoch die sind ja alle nicht so hoch hier und jetzt gucken wir mal wer hier so ein bisschen in teiten rumlümmelt mit level 82 das kann doch nur ein 8er sein oder das ist ein rathaus 8er donnerwetter die leute haben hier geduld die leute haben hier geduld meine herren ich habe gedacht die wären ausgestorben aber gut man lässt sich immer eines besseren bewissen oder gemessen bemissen bemessen ihr wisst was ich meine aber trotzdem sehr sehr schön wollte ich mal darauf eingehen während wir den wie wm hier wm hype hier feiern denn das sind immer noch die alten news hier drei tage to go aber es gab ja schon so ein bisschen was das seht ihr jetzt hier im bild es gab ja schon ein paar kämpfe auf der wm oder in der wm in hamburg und wenn ihr dies wie sie dann sind schon die nächsten kämpfe wieder um also ich bin mal wieder ein bisschen spät aber trotzdem möchte ich so ein bisschen den hype mit euch mitnehmen und ich würde mich auch sehr sehr freuen wenn wir am freitag so ein bisschen den wm hype hier vor allen dingen für unsere heimischen mannschaft für tribe gaming so ein bisschen feiern im live stream der fängt so gegen 20 uhr 20 30 21 uhr an ich nehme die youtube heute mal mit rein auch wenn ich eigentlich in der woche nicht auf youtube stream aber ich denke mal wir müssen unsere mannschaft so ein bisschen anfeuern dass das ein bisschen nach vorne geht aber es sieht ja erst mal gar nicht so schlecht aus ich habe auch lange überlegt was kann ich euch eigentlich zeigen und ich hatte euch erst oder ich hatte erst gedacht ich zeige euch diese lange liste nachdem ich ja gestern so einen schlechten angriff gemacht habe hat mir der liebe sky mit seinem video auf die sprünge geholfen schau mal da da war ja so ein angriff ja den habe ich auch gesehen habe den aber gar nicht realisiert und danach habe ich tatsächlich mal mit meinen max truppen hier im nachtdorf angriffen und ihr seht das hier das sind die satte 12345678 angriffe die ich mal so am stück gewonnen habe also mit der truppe hier die ist auch so was von op das geht mal gar nicht okay da habe ich zweimal jetzt gelust und danach gleich wieder gewonnen ich meine ich mache im moment nur pokies das ist eigentlich nicht meine nachtdorf spielerei denn meine nachtdorf spielerei ist eigentlich nur wenn ich etwas bekomme also den lud hier aber es macht mir so laune mit dieser truppe anzugreifen und natürlich auch mit dieser truppe zu gewinnen man gewinnt natürlich nicht immer aber man gewinnt schon sehr sehr nett also ich hätte auch nicht gedacht dass sie so gut durchgehen man muss schon so ein bisschen gucken wo man wo man etwas angreift damit die defense hier auch weg geht beziehungsweise damit auch meine truppen hier dann in die base reingehen und dort etwas mehr zerstörung zu machen ich brauche halt nur immer so ein bisschen die defense gebäude da stört mich allerdings so ein bisschen die tonne gerade so meine meine schweine gleiter aber ich glaube so kann man sie echt gut einsetzen habe ich mir da auch gedacht mensch tut oder holst du es locker immer zwei sterne mit mit vielen vielen prozenten und ihr habt ja eben gesehen ich habe ziemlich schnell gescrollt aber ich habe unheimlich oft 100 prozent mit dieser truppe geholt hätte ich nicht gedacht dass das so so fetzt hier und meine kampfmaschine noch mal zündbar die habe ich nie so oft zünden können und hier leben immer noch drei von den peckers und auch noch ich glaube da sind auch immer noch so ein paar von den schweine gleitern dabei die gehen auch hier richtig richtig nicht durch noch mal die maschine gezündet 64 prozent und er nimmt jetzt auch nicht so viel schaden auf obwohl eine doppelkanone ist schon ist schon heavy ist schon heavy auch gegen diese truppe hier aber dennoch ihr seht dass der match mir noch mal so ein paar prozent hier rein da geht es noch mal zum testlader außen auf sechs uhr auf zwölf uhr der geht auch noch mal down und die halten echt viel aus hier meine herren und sie gehen dann sie geben dann noch ein paar prozent wenn noch was kaputt geht wenn sie dann kaputt gehen aber mit 78 hier es ist wirklich ist wirklich der hammer und ihr seht ich habe schon wieder gewonnen auch wenn ich jetzt nur pokale gewonnen habe ich will mal so ein bisschen richtung 5000 pokale glaube ich gehen und die armee hier die steht mir richtig gut zu buche ihr seht dass sie ich habe jetzt eben zweimal verloren da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst beziehungsweise da war der gegner mal ein bisschen besser aber dann nach oder davor ich habe nur gewonnen ich habe nur gewonnen hier 100 seta 62 78 100 prozent also wirklich krasses eine krasse armee naja sei es drum ich hoffe ich sehe euch in hamburg sollte auch mal nur wieder so eine kleine infofolge sein aber der rathaus 9 hier in legende war mir dann schon wichtig ihn mal zu benennen und wo wir schon mal hier sind ich hätte die ganze zeit eingeben nachdorf angreifen können es gab hier ohne ende nachdorf nachdorf wie heißt das nachdorf aufgaben nachdorf aufgaben aber ich nehme jetzt diese aufgaben an für 250 bin ja noch ganz gut dabei wäre das ein bisschen bei mir verfolgt das geht ja alles ein bisschen lessons fair deswegen gehen wir hier mal in die suche ich habe ein bisschen runter gedroppt dass ich auch immer relativ fixen gegner finde und dann sehen wir uns wenn ich ein gegner habe ich habe da schon wieder ein chat tolle wurst aber der gegner hier sagt mir nicht so wirklich zu obwohl wir den eigentlich machen könnten an die die machen die machen wir mal nicht also ich denke mal rathaus 9 in legende ist wirklich wirklich nice also noch mal glückwunsch an den konrad er hatte auch geschrieben im discord dass er eigentlich schon mit 8 zu anfang des jahres da gab es diese erinnerung ja noch nicht in legende war und jetzt mit dem wechsel als mit dem 9er probiert hat und ich glaube das ist mal richtig gut gelungen denn die findest du wirklich ja nicht ganz so oft aber der clan ist schon sehr sehr krass ich nehme eigentlich von solchen clans erwähne ich auf beziehungsweise ich kriege auch nichts mit denn ich wollte mich jetzt erst einladen lassen sondern so nach dem motto zeig mal ein paar angriffe mal sehen ob er mich noch vielleicht vielleicht doch noch annimmt aber hier gehen meine geister erst mal ganz gut rein hier ja das sieht ganz gut aus also ich bin immer noch mit der lehmtruppe unterwegs das sieht man mal so ein bisschen nach dass ich das so mache da kriegt der king jetzt erst mal auf die mütze hier und dann späme ich die hier so ein bisschen rein ich habe noch so ein kleines bisschen meine meine spenden truppen am start denn ich habe immer so ein eis golem und ein pecker am start dann kann ich die mal ein bisschen verspenden die passen jetzt nicht so ganz so toll in die armee hier die kann ich aber schon mal nehmen dann könnt ihr schon mal rein gehen und dann kann ich auch gleich meine karre damit zunehmen einmal den worten der steht auf auf der steht auf boden meine queen hier die müsste allerdings jetzt die beiden drachen machen macht sie aber nicht wirklich dann müssen wir den einmal eben wegfriesen hier und wir nehmen mal noch unsere sechs von denen damit mit rein hier in die mitte und nehmen jetzt schon mal so worten nehmen wir einmal unseren king und einmal ein wenig wut in die mitte jawohl das hat funktioniert und dann gehen wir hier mal außen mit unseren beddies rein mit dem bedspel also immer noch gern genommen und gern gesehen denn wir haben jeden keinen flächenschaden mehr außer wo ist hier noch der flächenschaden außen ich gucke mal der ist da ganz ganz hinten okay der ist ganz ganz hinten kann ich meine queen schon mal zünden das ist hier ganz ganz entspannt denn da passt jetzt der fries und beim farm hier ist das ganz easy bisschen anders als im ck da habe ich dann doch schon probleme mit der armee anzugreifen aber hier glaube ich beim farm beziehungsweise bei den paar pokis machen kann ich die ganz gut einsetzen und kann gleich wieder meine helden auch wieder nehmen und so ist das ganz gut gelungen hier okay kleine kann keine klanburg ach doch er hatte er der hatte ja zwei drachen der hatte ja zwei drachen okay also ich kann mich nicht rausreden der hatte keine klanburg und der war ja viel viel zu schwach das kann ich diesmal nicht machen 100 von 250 was muss ich eigentlich machen hier 250 zerschönerung okay also noch zweieinhalb angriffe mit der armee dann bauen wir die auch mal nach hier und ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen sie ist ein bisschen kürzer und knapper geworden 228 nichts mehr zum spenden doch ich nehme hier mal immer noch einen raus dann nehme ich hier in boot den kann ich verspenden hier und dann sehen wir uns in jedem fall am wochenende also seit heute abend dabei so muss ich das sagen ich nehme am donnerstag auf seit heute abend dabei wenn wir ein bisschen wm hype haben und ein wenig dem fröhen was hier noch bei clash of clans kommt ein bisschen ck ist dabei ein bisschen farm ihr wisst so das übliche aber ich würde mich freuen wenn ihr einfach dabei seid wenn euch die folge also gefallen hat dann lassen wir am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und die glocke stellen damit kein video oder livestream mehr von mir verpasst und ich würde sagen bis dahin vielen lieben dank euer toto ja 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 Bis zum nächsten Mal.